Na, Luca? Na? Guten Morgen. Hi. Schwer am Schaffen, ne? Natürlich, natürlich. Man macht, was man kann, ne? Luca, wir machen heute einen Rutschtest, ne? Ja, so wie ich das gehört hab schon, ja. Ja, wir haben auch schon die richtigen Utensilien dafür. Ich hoffe, das passt hier. Soll ich denn da mit? Scheiße. Das kann ja lustig werden. Ja, dann kommen wir mit. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so ausrastet. Wieso, was glaubst du denn, was jetzt gleich passiert? Ja, ich denke mal, ich werde gleich die Standfestigkeit der Schuhe testen und gucken, ob das auch wirklich funktioniert. Aber warum hast du dann ein Affenkostüm an? Ja, ich denke mal, das sieht einfach besser aus, passt zu mir. Und ich darf wieder dafür hinhalten, ne? Richtig, Luca. Richtig. Du hast es geschafft.